Oh mein Gott, hört ihr diese Musik? Es ist jetzt gerade das Plattdorf um 15 Uhr. 15? Ich habe es mir direkt um 15 Uhr geholt und quasi als Release wurde schnell installiert. Und mir ist direkt aufgefallen, beim Reihenladen ist es sehr kurz geladen für das Hauptmenü. Das ist schon mal schön. Und wie smooth sich das anhört. Ich glaube gerade in der ersten Folge wird es auch noch viel, ein bisschen Review-mäßig. Aber ich will das Game auch nicht überhypen. Wir erstellen uns erstmal, äh, ja, eine Lordschaft. Wir könnten jetzt laden, habe ich jetzt noch nichts vorbereitet. Und wir nehmen mal vielleicht den netten Herrn hier. Oh, das ist ja so Baden-Württemberg. Geil. Das nennt mich auch an Hamburg, glaube ich. Boah, wenn es irgendwann richtige Flüsse gibt vielleicht in dem Spiel. Und so Handel über Boote. Das wäre wild. Das finde ich jetzt ganz schön, diese bisschen Crooked-Sonne. Aber eigentlich ganz cool. Dann das und wo ist der Baum? Das sieht ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist so halt so Erde mit einem Baum. Weiß ändern wir vielleicht noch. Und dann so rote, so ein roter Himmel. Allein, dass es hier so viele Optionen gibt, ist schon mal sehr cool. Das sind natürlich nicht viele, viele. Also, das ist schon deutlich begrenzt. Am Anfang startet auch noch Early Access, bitte. Achtet auf uns. Doch, wir machen es so. Ich glaube, so ist es nochmal angenehmer, dass es braunweg ist. Wir haben diese rote Sonne, den roten Baum. Und das ist ziemlich geil. Wir safen jetzt ganz normal. Lol. Oh mein Gott, man kann das... Man kann es sogar umdrehen. Man ist momentan alleine auf der Karte. Was natürlich noch schade ist, aber... Also Rise to Prosperity, einfach nur City Building, City Skylines. Restoring the Peace. Man hat den Baron in den Northern Territories, der ihn angreift. Und man hat ein paar Banditen Camps. Die ganze Zeit kommen Gegner. Und wir machen einfach Mittel. Restoring the Peace ist ja basically... Und jetzt kann man noch Template Difficulty... Also, man kann hier variieren und man kann hier nochmal variieren, weil ich es sehr cool finde. Und man könnte jetzt Relaxing, Default Challenging. Und ich glaube, ja, ich nehme einfach Default. Ich werde da nichts dran rütteln. Es ist einfach alles so, wie es ist. Einfach die Standard Experience. Mittel von Mittel. Und wir gehen rein. Ey, Leute, ich habe so Bock. Ich hoffe, es ist gut. Ich habe mir noch gar kein Gameplay angeguckt. Also wirklich noch gar kein Gameplay. Okay, der Anfang war nicht ganz so smooth. Okay, wie bewege ich mit WASD? Oh ja, clean. Okay, das Waffen ist schon wild. Okay. Unassigned. Assigned, Leute. Living Space, wie viele Leute wir haben. Auch welches Level die haben. Approval, wie sehr die ich möge. Public Order. Unser Geld wahrscheinlich. Amount of Money owned by Villagers. Ah, okay. Also, wie viel Geld meine Leute haben. Livestock. Alter, hört euch nur die Musik kurz an. Ah, nee, Default. Wenn man das macht, sieht man einfach alle, die man hat. Und wenn man das macht, sieht man, wenn man zum Beispiel was verplant hat im Gebäude. Ah, da guck mal, wie viel bei Military Side Arms gibt es schon. Bulgen, kleine, große Schilde, Speere, Rüstung, Polearm. Es gibt ja nicht mal Kavalerie. Das kommt ja auch noch. Was wir auch teilweise schon im Trailer gesehen haben. Guck mal, wie weit man ranzoomen kann. Wie schön das ist. Ah, ich habe ein bisschen so einen Visual Bug, oder? Das sind wir. Ah, lädt noch mal einmal. Das ist ein bisschen, ah, dieses, ähm, ah, das mag ich eigentlich nicht, dass wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt nach rechts gucke mit der Maus und stehen bleibe, dann slidet es noch ein bisschen. Die haben fünf Leute, die homeless sind. Wichtig, die werden einem auch direkt angezeigt. Nice. Ich weiß gar nicht, was die Grafikoptionen gerade sind. Warte mal. Graphics. Alle auf Ultra. Sharpening. Ich weiß nicht genau, was das genau heißt. Ja, alles auf Ultra. Dafür läuft es noch echt smooth. Ich habe keinen schlechten PC, aber jetzt auch keinen extrem krassen. Wir benennen, ähm, jetzt erstmal kurz, oh. Ah, genau. Settlement Level, mhm. Kriegt man einen Development Punkt. To enact policies, you need to raise your Administration Level. Hier hat man den Focus Tree, da wird auch noch mehr kommen. Wir haben hier Charcoal, Armor. Ja, das gucken wir uns an, wenn wir was haben. Policies gibt es nur ein paar, glaube ich. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht. Work in Progress, genau. Production ist auch noch, äh, leer. Und hier kann man wahrscheinlich oben in die Region springen. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht denn unser Dorf hier so aus? Oh. Wow, man kann hier richtig schön, man kann hier richtig schön. Was haben wir denn hier? Wir haben Iron, Beeren, Stone. Trade Point. Und wir sehen auch, was die hier haben. Ridge Deposit hat so eine Krone auf. Ah, hier hinten haben wir noch Wild Animals. Okay. Ähm, was soll ich machen? Ihr wollt den Namen ändern? Und ich dachte, ich könnte jetzt hier so ein bisschen nach der Geografie gehen oder was hier so ist. Äh, hier kann ich nochmal, ah ja. Boah, guckt euch das an, wie man weit man in die Ferne schon kann. Kurz genießen. Wir haben hier so eine kleine Anhöhe. Nussluhe, ich weiß nicht, will ich es einfach behalten? Ich finde es eigentlich, ich habe jetzt Mittelalter-Dorf Namen eingegeben. Und jetzt habe ich Walddeutsche, zwischen Wyselowga und San, irgendwo in Polen, I guess. Walddeutsche Siedlung. Und da gibt es ganz coole und wir nennen es um, und zwar Reichwalde. So wird unser erstes Dorf heißen. Erste Folge wird natürlich noch mehr entspannt. Die nächsten Folgen werden mehr Pro-Crasp inhalten. Wir haben hier aber Hans, Ditz, Thomas, Kunrad mit Kunrad dem Ochsen. Äh, okay. Also, vier Männer. Können wir das hier oben sehen? Okay. Ähm, Ditz und, wie hieß der andere nochmal? Thomas, genau. Dann haben wir zwei Frauen. Anna, Barbara, Lorenz haben wir. Thoman. Und dann nehmen wir Nickel. Und Kunrad, die so... Wegen zweimal Kunrad. Oh ja, Tatsache. Zweimal den gleichen Namen am Anfang. Hands down. Äh, könnte besser sein. Das sehen aber aus, als würden sie gleich ein Duell starten. Der eine geht hier nach rechts, der andere nach links und dann geht's ab. Aber wir gehen jetzt einfach wirklich mal rein ins Gameplay. Ja, Victory Condition ist Dominanz. Ja. Also, jetzt gehen wir mal unten hier durch. Das ist auch sehr smooth, sehr schön. Auch diese kleinen, diese kleinen Sound wie am März. Das heißt, frequent raining. Also, es regnet viel und die seasonal deposits grow. Wahrscheinlich halt Bären und sowas. Im Sommer haben wir, dass unsere Felder, dass da alles wächst. Aber es kann auch zu Dürren kommen. Im, ich wollte gerade sagen, Oktober. Im Herbst haben wir, dass die Felder bestellt werden. Klar. Also, alles wird geerntet. Plowing and Soaring Crops. Okay. Und im Winter keine seasonal resources. Firewood consumption ist verdoppelt. Also, man braucht Firewood immer, I guess. And lack of Firewood might cause freezing. Sheep sharing forbidden. Ja gut, die würden halt sterben. Voll realistisch. Okay, Male Villagers. Also, nur die Männer. Wir brauchen Equipment. Und wie stark die ausgerützt sind, liegt daran, was für ein Level die haben. Okay, aber wir haben gerade nichts. Oh, kann ich irgendwie, ah, kann ich wieder wegmachen. Okay. Ja, das bringt es sich. Wir haben die Map. Das haben wir gesehen. Ah, guck mal. Wir haben Hildebold und die Outlaws. Das ist wohl der Baron im Norden hier, dem das gehört. Im Underground Water. Underground Water. Hier Wasser. Ist gut. Also, wenn es später mal Flüste gibt, würde das wäre krass. Emma Fertility. Flux. Barely. Gut, das sind halt die Sachen, die man anbauen kann. Ah, hier sind sogar Level 3, Level 2, Level 1. Und hier gar nicht. Und hier gar nicht gar. Also, Minus, Minus. Oder halt Plus. Smell. Fire Hazard. Smell ist interessant. Roads. Ja, die Roads, das kennen wir. Das ist mega geil. Wir sehen jetzt sogar die Höhenlinien. Ich könnte es einfach schlagen. So. So. Jetzt guck mal, wie schön sich das Ganze hier bietet. Und obwohl ich quasi am rechten Teil bin, bewegt sich der linke Teil der Straße hier hinter dem W-Punkt noch ein bisschen mit. So, dass es realistischer wird. Das ist halt mega geil. Hier, wir connecten jetzt einfach mal. Wir bauen einfach ein bisschen Larifari. Ja, hier connecten wir einfach mal alles, ne. Dass wir überall die Connection auf jeden Fall haben. Und jetzt bauen wir mal unser erstes Haus, würde ich sagen. Ja, das wissen wir. Hier können noch Verbesserungen stattfinden. Quasi, desto größer, desto besser. Wir haben hier so ein bisschen so diese Anhöhe. Und ich würde sogar die ersten Gebäude eher hier unten bauen. Und an der Anhöhe vielleicht so ein bisschen die Kirche hier oben. Wäre, glaube ich, ganz geil. Wobei, der Markt sollte, glaube ich, eher hier unten sein. Die Kirche ganz oben. Und dann machen wir hier die Häuser. Können wir wirklich groß planen. Aber erst mal zwei, bitte. Und, äh, bauen. Okay, also wir haben gerade fünf Workers, basically. Und hier sehen wir, zwei wird gebaut. Äh, das Zweite, was auf jeden Fall gebaut werden muss. Alter, wie riesig das direkt ist. Ähm, sind natürlich... Ich hoffe, ich bin nicht zu nah gerade ans Mikrofon gekommen. Tut mir leid. Ähm, Logging Camp. Ah, so. Ah, ja, okay. Schön, schön, schön. Show Labels-Tab. Ah, oh mein Gott. Hier sehen wir, das sind halt... Okay, hier sehen wir sogar, dass wir einen Ochsen haben. Trees are booted for construction. Wir wollen erst mal kein... Keine. Timber requires Ochsen to move it, ja. Das heißt, das wird auch eine Sache sein. Ihr wisst, ich liebe Infrastruktur in den Games. Die hat auch Infrastruktur, deswegen, was Ochsen angeht, da werde ich richtig reinhasseln, dass wir da viele von haben. Was passiert denn jetzt? Ach, die gehen alle zur Arbeit hier wahrscheinlich. Ah, wir können Priority change in general, was ist das? Ah, hier können 28 Holz. Gut, dann haben wir gleich da noch Holz, der Ochse. Holt das Holz hier ran. Schön, dass die sich unterhalten so ein bisschen. Man sieht, das ist noch ein bisschen... Also sieht alles ja gleich aus momentan. Aber hier haben wir jetzt alle ihre Tools rausgeholt. Es ist mehr Holz da. Und jetzt machen... Das geht natürlich gerade mega schnell, weil hier so viele dran arbeiten. Wenn das Approval hoch ist, kriegen wir ja neue Familien. Zumindest mal vielleicht. Gärhaus, die ist neu. Die Wife ist neu dazugekommen. Auch durch das Haus. Ah, man kann dies... Habt ihr das gerade gesehen? Äh, man kann Snap-to-Roads ausmachen. Könnte ich dann einfach... Warte mal, warte mal. Snap-to-Roads aus. Krass, ich könnte... Also ich hab jetzt nicht genug Holz, aber ich könnte einfach random in der Wildnis irgendwas bauen und dann gucken, wie ich die... Das ist natürlich super nice. Also ich mach's erstmal wieder an. Das ist auch cool. Aber guck mal, wie schön die Häuser hier aussehen. Das sieht noch ein bisschen... Okay. Toilette. Kleiner Unterstand haben wir hier. Häuser, sehr schön. Hier steht irgendwas vorne dran. Also wenn wir jetzt reingehen, als Typ, wenn ich mir das anklicke, starten wir wahrscheinlich... Ah, nee. Ah, ja, okay. Die klippen so ein bisschen. Seht ihr das? Muss ich noch gucken. Oder könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie man das ausstellen kann? Ah, hier haben wir was. M-m-m. Hier haben wir einen Fehler. Hier? Der... Ah, nee, hier auch. Das soll aber nicht so sein. Ähm, das Tor. Oder diese kleine Eingangstür. Ah, wo wir sogar nicht durchlaufen können, tatsächlich. Können wir durch den Zaun laufen? Ah, nicht. Okay, interesting. Äh, das ist ja natürlich hier auf beiden Seiten so ein bisschen versetzt, ne? Das sieht man dann doch relativ deutlich. I only seek to defend my rights in my honor. I hope you will not judge me. Hilde Bolt. Okay, es gibt wohl schlechte Gerüchte, die es über ihn gibt. Äh, Rhetorik. Rhetorik, Declaration, Negotiation. Ah, zack. Okay. Das ist natürlich ein... Das könnte so ein geiles Feature sein. Äh, wenn du mit denen hier... Wenn es da ganz viele Optionen gibt und du weißt nicht den Outcome und so... Ah, doch hier, ich bin ja blind. Hier sieht man die... Die... Oh mein Gott, das ist cool. Man sieht die Straßen. Das sind die hier. Und man sieht dann auch unsere Gebäude so ein bisschen. Okay, das ist ja mega nice. Dann stellen... Wir kommen... Wir machen erstmal einen hier rein. Eine Familie, basically. Da gibt es ein Uprooted Tree, aber das ist ja egal, oder? Aber hier nicht mal. Machen wir direkt die Straße dahin. Klingt ja eigentlich ganz schön... Hier noch so einen kleinen Schwenker. Das liebe ich, dass du so einen kleinen Schwenker machen kannst. Okay, jetzt will ich mir aber nochmal diese Berries angucken. Wir sehen, die sind nicht ganz voll, aber die growlen gerade. Ah, habt ihr das gehört? Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Aber... Ah, doch, hier sieht man. Da sind die Berries. Guckt es euch an. Okay. Wild Animals. 19 von 20. Oh, die sieht man ja auch. Dass man so weit ranzoomen kann, macht es einfach so zehnmal besser, gell? Die wägen so ein bisschen die Schwanz... Sein Schwanz, die Ohren. Oh, die machen sogar... Hört ihr, hört hin. Schön, wie sich die Ohren bewegen. Es wirkt dann auch viel organischer. Man hört die Vögel zwitschern. Die Blumen, das Gras bewegt sich im Wind. Man sieht am Schatten der Blätter, dass sie es hier auch noch bewegt. Es wirkt alles extrem dynamisch. Sehr, sehr schön. Okay. Die dürften dann hier bald an Construction sein. Oh, das ist interesting. Guckt mal. Jetzt hat die Frage, hier ist so ein kleines Haus mit so einem Hämmerchen-Symbol. Hier ist so ein... Ich weiß nicht, was das sein soll, um ehrlich zu sein. Oh, hier hat es beides. Schaut euch an. Das hat das Haus mit dem Hammer-Symbol und dieses Haus mit dem Plus-Symbol. Machen wir mal, weil kostet auch nur zwei. Anderhand Kunst ist, glaube ich. Der Sohn. Ach, Wife hasst mir einen Zahn. Hier sieht man es sogar. Äh, hier arbeitet noch niemand. Da soll einer mal arbeiten. Eine Familie... Wow. Wir sind gerade voll in die Vögel reingeraten. Also das vom Zaun her haben die Super-Game bekommen, finde ich. Also das hoch geht runter, so Stufen, ne? Der Zaun in Stufen. Weil wir haben halt eben diese Neigung hier. Relativ stark sogar. Also relativ stark. Hinten wird die Steigung noch mal stärker. Ach, guck mal, wie schön das ist. Einfach beim Zugucken. Ich mag die Mützen auch. Heißt bestimmt nicht Mütze, aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Na, guck mal. Wir haben hier das Haus, dann haben wir jedes extra Teil und hier auch nochmal. Ich bin echt gespannt. Aber es ist so cool, dass es so frei ist. Genau. Also hier mit dem Zaun, sorry, das wollte ich schon sagen. Das hat gut geklappt. Aber das mit dem Tor nicht so sehr. Hier ist auch schön, dass es nicht schnurstracks gerade ist. Also natürlich die weißen, gestrichen Linien schon. Aber der Zaun, der macht hier ein bisschen Bogen, hier ein bisschen schön geflochten, I guess. After placing an order, a livestock merchant will come to your town and deliver an animal. Da könnte ich jetzt einfach schon Ochsen wollen. Aber ich habe nur ein Stable Place. Können wir die Leute auch umbenennen? Warte mal, General. Ne, Piepel. Wir können auch die Leute umbenennen. Okay, das ist ja mega geil. Ja, Leute, wenn ihr benannt werden wollt in dem Game, machen wir es einfach mal so. Schreibt gerne einen Kommentar. Dann werdet ihr benannt, dass die Leute mit dem Ochsen einfach den kürzesten Weg nehmen. Selbst wenn ich diese Straße hier so einmal komplett außenrum gebaut hätte, so komplett unlogisch, dann würden die trotzdem durchlaufen, weil es einfach Sinn ergibt. Forager, family requests more market air for their stall. Expand living space. Oh mein Gott, kurz ist es an. Hier können wir es nicht machen. Ah, nee, upgraden kann man hier. Double the maximum family count for this baggage plot. Und ja, wir gucken am nächsten Mal, dass wir alle Häuser bauen, die wir brauchen. Noch Unterschlupf für die Leute, äh, für die Storage-Sachen. Und dann, ja, danke fürs Zuschauen, für die erste Folge. Die nächste kommt direkt am Sonntag, wie immer, eine Folge. Und dann wieder Mittwoch, Sonntag. Ihr könnt das Upload verhalten. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich hoffe, ihr merkt das. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.